Und damit wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag zu einer, ja ich sage mal vielleicht kleinen Zwischensequenz, das wird für euch jetzt höchstwahrscheinlich zusammengeschnitten. Ich werde jetzt versuchen einen Tiger zu zähmen, der hier vorne links auf dem Rumierrand ist, außer der Elefant hat einen coolen Level, nein hat er nicht. Taming Pin, seht ihr hier, habe ich gebaut, ich versuche den sozusagen hier rein zu locken. Es ist mir schon einmal gelungen, ich schaue jetzt einfach mal, ob mir das ein zweites Mal gelingt, vor allen Dingen, ob ich den da bis dahin überhaupt gezogen kriege oder ob er mich vorher killt. So, ich hoffe der lebt noch. Ah ne, da ist die Mietekatze. Ich hab ihn. Ne, tropf. Och, knapp daneben. Jetzt Ula. Und Lauf. Ah, der kommt. Ich hoffe der wird am Schwein vielleicht abgelenkt. Ehrlich ist natürlich jede Menge Zeug. So hin. Wo ist denn der hin? Da ist er. Vogel hat ihn abgelenkt. Alles klar. Vogel. Okay, hier ist jede Menge Kramzeug. Na gut, ich schneide das für euch natürlich raus, aber wir lassen den hier erstmal ein bisschen, ein bisschen töten. So. Ist die Frage. Vogel. Ja, Vogel ist wieder interessant, aber. Kuss mal den Elefanten auf. Mach mal. Kuss mal auf. Holt ihr mal. Oh, was frisst er da? Oh, Level 19. Sehr schön. Äh. Raus hier. Ha! Hat euch gut geklappt, Leute. Ha! Läuft. Bola. Fliegt. Na, das ist ja mal. Beruhig dich. Wird ganz ruhig. So. Wo komm ich ran? Von hier ran? Ach, verdammt. Oh, schön Blutungsschaden jetzt hier. Komm ich von hier ran? Da. Fuck. Er liegt, scheiße. Wie lange ist noch die Bola? Noch eine Minute? Alter, macht der Damage, Alter. Kann ich den denn füttern, Mann? Oh, ist das scheiße. Der liegt kacke. Nee. Ich komm nicht ran an ihn. Ich würde ihn wenigstens einmal gerne füttern, aber der liegt echt kacke. Von vorne brauche ich eigentlich ankommen. Der klatscht hat mich sofort weg. Er haut mich auch hier weg. Ja, der liegt doof. Ich bin fast tot, wa? Das ist krass. Nicht hinlegen. Der Feed ist nicht. Oh, haut mich weg. Hm. Na gut. Dann, äh. Müssen wir dich mal irgendwie anders hinlegen? Ah, ich stelle es gleich auf. Okay. Irgendwie muss ich dich mal anders hinlegen. Du liegst da doof. Ich komm an dich nicht ran, ohne dass du mich beißt. Du machst ganz schön damage, mein Freund. Hm? Genau. So, jetzt. Ja, genau. Mach mal so. Gucken, ob das besser klappt. Bola. Ja, das hat... Doch. Äh, doch, doch. Okay. So, so. Jetzt gehen wir erstmal hier hinten rum. So. Erstmal hier so. Der muss sich auch mal berühren. Weil der ist aktuell immer noch ganz schön... Ganz schön aggressiv. Man muss halt hier an die Seite ran. Das finde ich halt echt ein bisschen scheiße. Die funktioniert. Alter Vater. Okay, wie viel kriegt der? 13 Prozent. Wie lange braucht der wieder zum Füttern? 28 Sekunden. Also kann ich ihn noch einmal füttern. Okay. Dä, dä, dä. Dä, dä, dä. Dä, dä, dä. Was ran hier? Schon wieder? Das ist schwierig. Da war es gerade wieder? Alter, ich bin fast tot, ne? 22 Sekunden. Wow. Ich weiß nicht, ob ich ihn gekriegt habe. Keine Ahnung. Sind 12 Sekunden. Wow, Alter. Okay, auf jeden Fall... Der tötet mich gleich. Das ist schon krass. Das Vieh ist schon bitterböse. Oh, leg dich mal wieder hin. Ihr denkt euch jetzt vielleicht auch so... Was mache ich hier? Das ist nicht so einfach. Ich muss halt relativ nah an den Kopf ran. Ich komme jetzt von hier irgendwie ran. Wer mich jetzt einmal weiß, bin ich tot. Oh, ich konnte ihn... Oh, erst mal weg. Erst mal weg. Okay, es geht von hier. Gut. Oh, Gott. Ja. Erst mal ein Ei. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Ich muss mich jetzt erstmal echt ein bisschen heilen, wa? Ich habe relativ viel Life, aber der ist echt krass, der Typ. Und der ist eigentlich nur Level 19. Also ich habe hier... Was bist denn du? Du bist ein Male. Wir hatten ja einen, hatten wir schon. Lass mal gucken. Ja, ich müsste mich wieder füttern können, eigentlich. Ja. Ging. 22 Sekunden. Okay, nee, der wacht auf auf jeden Fall. Na, 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 na. Ich hoffe, hier kommt jetzt noch nichts Böses irgendwie. Oh, fuck. Oh, ist der drin? Das ist natürlich jetzt dumm hier laufen, dass jetzt hier gerade Tatsache echt noch ein Zweiter angekommen ist. Oh, das ist natürlich jetzt eine Scheiße. Wo sind die Bays hier? Bett, hier, BP, Base. Vor allem ist das dumm hier laufen, weil da jetzt mal ein Loot ist. Wir sind beide drin. Scheiße. Uiuiuiui. Na, ihr beiden? Na, verdammt, ich muss ja hier vorne lang. Natürlich blöd. Weil ich weiß nicht, ob ich mal Loot kriege. Loot, 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 Loot. Passt. Okay, so. Ach, das dauert jetzt erstmal wieder. Schöne Sache. Oder nicht so schöne Sache, besser gesagt. Naja, die kommen hier nicht raus. Das ist schon alles gut. Du wirst mich hier auch nicht erwischen, ne? Nee, tust du nicht. Oh, das dauert hier schon wieder ewig. Oh, das dauert hier schon wieder ewig. Oh, das dauert. Okay, so. Passi. Okay. So. dramatisch. Word. Du wirst mich. Bewe. 뭘. Und ich bin permits. Hey. Oh. horn! Bewe. Okay. Okay. Bewe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oah, krasse Scheiße Okay, ja leider hat der nicht überlebt, aber das ist nicht so schlimm So, den anderen da hinten werde ich jetzt gleich versuchen, auch noch zu kriegen, dann im Livestream Ja, und ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie das funktionieren kann, auch wenn das nicht optimal war Aber ja, danke für das kleine Zehnstunde hier und hau da rein!